Was ist Digital Citizens? Digital Citizens sind die, die glauben, sie könnten einfach so um Internet Demokratie machen und sich da irgendwie organisieren und dann halt wirklich Dinge bewegen und auf Politik ausüben, eben Politik machen. Und es kann nicht sein, dass sie sich dann teilweise anhören müssen, dass es ja nicht sein dürfe, dass das Internet dann irgendwie 100.000 Leute zu Petitionen oder zu Demonstrationen rausbringt und die sich damit quasi über den erklärten Willen des deutschen Volkes hinwegsetzen, würden, als sei das keine Demokratie, als seien das nicht auch Bürger. Also digitale Bürger, Digital Citizens sind natürlich genauso Bürger wie alle anderen Bürger auch und dürfen sich Demokratie beteiligen und sollen das auch.